Nach fast zwölfjähriger Amtszeit als Bürgermeister der Marktgemeinde Damsweg sagte Georg Gappmeier auf Wiedersehen und verabschiedete sich in dem Politikruhestand. So sang- und klanglos ließen ihn seine Wegbegleiter, Freunde und Kollegen aber nicht gehen und bereiteten ihm eine bewegende Abschiedsfeier. Und ich kann mich Stellvertretenden für die ganzen Damsweger Vereinigte, wir haben nur einmal ganz, ganz herzlich bedanken, er hat uns wirklich wunderbar geholfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass das so ist und ich bin überzeugt davon, der Georg Gappmeier wird als der Vereinsbürgermeister in Damsweg in die Geschichte eingehen. Man hat gemerkt, mit welcher Begeisterung und mit welcher Menschenfreundlichkeit er unterwegs ist. Ihm war halt jeder wichtig, egal in welcher Stellung oder welcher Position oder in welchem gesellschaftlichen Rang der oder diejenige ist. Und auch in schwierigen Zeiten, wenn es einmal einen Schicksalsschlag gegeben hat, war er da und hat Trost gespendet. Und wenn es zum Feiern war, war er auch da und hat mitgefeiert. Also das volle Leben und elf Jahre, gute Jahre und jetzt schaut ein neues Kapitel auf. Der Georg, wie ich es heute schon in meiner Ansprache versucht habe darzustellen, ein toller Mensch und der uns immer in Damsweg zeigt hat, was Menschlichkeit heißt. Nicht nur die sichtbaren Elemente, wie das Schloss Kuhnburg, die Begegnungszone oder das Haus der Einsatzorganisationen, werden mit Georg Gappmeiers Namen verbunden bleiben. Denn seine Amtszeit war von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und sachlicher Verständigungsbasis geprägt. Ja, die Ehre, die Freude ist groß, ist eigentlich unbeschreiblich, weil so viel Wertschätzung, so viel Zuspruch, so viel Dankbarkeit erleben zu dürfen, verbunden mit der höchsten Auszeichnung der Markmann in Damsweg mit der Ehrenbürgerschaft, ist schon was Großartiges. Also Damsweg ist schon was Besonderes und da 11,5 Jahre vorstehen haben zu dürfen, war ein besonderes Vorrecht, eine besondere Aufgabe und ich bin einfach nur dankbar für die ganze Zeit. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass dem Georg heute die größte Ehre, die die Marktgemeinde Damsweg so vergeben hat, zuteil wird. Das hat er sich verdient und da soll er sich freuen und auch stolz und dankbar auf sein Werk zurückblicken. Die Abschiedsfeier war geprägt von Glückwünschen, Rückblicken und man sagte nochmal Danke für all das, was in Damsweg erreicht und umgesetzt wurde. Als Bürgermeister Gappmeier, der selbst sehr musikalisch ist, wünschte man für die Zukunft etwas mehr Ruhe. Passend dazu hat Helmut Bertl für ihn eine Melodie mit dem Titel »Kont nert nit« komponiert. »Kont nert« komponiert, »Kont nert« komponiert, »Kont nert« komponiert.